Moin zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Dishirt. Im letzten Part haben wir so ein bisschen die Terrasse ausgebaut. Haben uns ein wunderschönes Texturenpack angeguckt, was bloß hier bei dem Ton sehr grill war. Denn das Texturenpack von Honeyball ist sehr schön, aber für Tongebiete ungeeignet, besonders wenn man mit gelbem Ton arbeitet. Und ja, ich hatte jetzt eigentlich vor, hier ein bisschen... Fehlt auch eine Druckplatte, ein bisschen die Möbelierung zu machen von meinem Haus. Das werde ich auch tun. Ich bin heute sehr entschlossene Person, sehr entschlossen. Was wollte ich jetzt? Ich wollte eine Druckplatte machen. Ich bin ein bisschen am Kränkeln, liegt vielleicht daran, dass ich da so ein bisschen verpeilt bin. Aber das hält mich nicht davor auf. Minecraft Dishirt. Nein, das kann man auch, wenn man todkrank ist, finde ich. Weil es nicht gerade ein sehr umfangreiches Spiel ist, dass man sich haufenweise konzentrieren muss. Also es ist schon sehr umfangreich, so nicht. Aber es ist nicht so, dass man sich sehr konzentrieren muss. Und ich möchte gerne, bevor ich hier auch nur irgendwas mache, erstmal nach unten gehen und meine Tierchen füttern. Damit die ein bisschen mehr werden. Sagen wir es mal so. Und ich glaube, wir müssen irgendwie auch mal gucken, dass wir im Laufe der nächsten Parts, also nachdem ich hier alles eingerichtet habe, das möchte ich jetzt unbedingt machen. Weil es sieht schrecklich aus. Und wir müssen auch irgendwie noch so einen Weg hier hinten hin machen. Das sieht alles noch so verloren aus hier, ne? Wenn man so ein bisschen guckt, da hinten ist das zwar schon alles so ein bisschen etabliert durch den Tonunterschied hier. Aber hier muss auch noch irgendwas hin. Und ich muss noch irgendwie einen Zaun um meine Terrasse drüber machen. Obwohl ich da auch schon denke, dass ich da anstatt Zaun so ein bisschen mit Gestrüpp auch ein bisschen, ja so ein bisschen halt, ne? Was machen kann, ja. Das wollte ich sagen. So. Liebe Hühnchen. Oh, ihr seid ja noch ganz klein. Da kann ich euch ja noch gar nichts geben. Ihr müsst ja mal ein bisschen wachsen hier, ne? So wie die Kühe. Die wachsen auch. So. Wer hat nochmal, wer will noch nicht. Ich, äh, für jeden Fall nochmal. Alles rum. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. So, und es ist wieder ein kleines graues Schaf. Musst du nicht nur graue Schafe hier kriegen. Könnt ihr mal wachsen? Ich bin voll umsonst hier unten hingelaufen. Naja, egal. Ähm. Ja, aber wir müssen unbedingt hier unten irgendwo ein Feld hin machen. Dass das alles ein bisschen besser ist und muss nicht immer hin und her laufen. Und dann habe ich hier alles hier unten, was ich brauche, zu tiefer mehr. Und den Weizen halt für die Kühe und die Schafe. Und die Samen sind dann halt für die Hühner, die übrig bleiben. Mal gucken, was das Gras macht. Ja, das kommt. So langsam. Langsam, aber sicher kommt es. Es ist immerhin schon ein bisschen bis hier hinten hin. Also so ist es ja nicht. Und wir sind ja auch nicht so weit weg. Also eigentlich dürfte das nicht allzu lange dauern. Dann kriegen die Schafe endlich ihr Grünzeug, ihr Futter. Ne? Da können wir sie auch irgendwann mal scheren, damit wir schönen Teppich haben und sowas haben. Damit wir ja ein bisschen mehr Deko beschreiben können. Weil ich muss unbedingt Teppich haben, weil sonst reicht euch. Und ich brauche ein grünes Schaf, ja. Weil ohne grüne Schafe ist das Leben nicht lebenswert. Wie, was nicht meins. So. Äh, habe ich Schere dabei? Nein. Jetzt wäre ich gerade eben da rüber gegangen und hätte mir ein bisschen Birkenzeug geholt. Weil hier eine Hecke drumherum wäre ja gar nicht mal so schlecht aussehen. Dann gehen wir doch mal rüber. Mit unserer Schere, die bestimmt hier oben irgendwo drin ist, da auch nicht. Habe ich überhaupt noch eine? Also ich jetzt gerade keine Schere, auch nicht im Invent. Ach, dann haben wir sowieso nicht hier drin. Auch nicht. Okay, dann muss ich mir eben eine machen. Das ist ja auch nicht das große Problem. Ich habe ja noch Eisen. So. Tada. Schere. Wieso habe ich eigentlich keine Fackeln? Mensch, da ist die Kohle. Ich sehe das so gerade, dass ich keine Fackeln habe. Das kriege ich auch gar nicht. Ich muss auch mal Fackeln dabei haben. So. Ja. Dann gehen wir mal ein paar Birkenscheren. Mit der Schere. Das machen meine Karottenwarners, ne? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Letzte Aufnahme schon ein bisschen her. Ich finde es eigentlich schade, dass ich gerade ein bisschen am rumkränkeln bin. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber naja. Ich kriege ziemlich schnell eine Erkennung, wenn ich einen Tag lang nur kalte Füße hatte. Und das hatte ich gestern. Und tadaa. Ich bin krank. Woo. Jetzt muss ich erst mal Aggressionen auflassen auf diesen Baum, weil ich schon wieder krank bin. Ich hasse das. Ich war früher nie so anfällig gegen Krankheit. Ich war ja auch ein bisschen jünger. Aber mittlerweile immer ein bisschen rumkränkeln. Das ist ja schon ein bisschen blöd, ne? Eh. Eh. So. Alles eingesammelt, ja? 46 Stück sollte eigentlich reichen. Gut, wir haben ja noch ein paar mehr. Hier liegen auch noch welche. Und der andere tut nur so, als ob er unten liegt, obwohl er oben liegt. Oh, ich wollte eigentlich jetzt nicht mit der Schaufel den Baum abhacken. Da liegt ja oben drauf liegt auch noch einer. Ja. Jetzt nicht mehr. So. Beim Abfällen habe ich jetzt gerade keine Lust. So, wir haben eigentlich auch noch gut Holz da. Das ist ja nicht jetzt das große Problem. Aber mir geht es jetzt erst mal um die Hecke. Vielleicht wächst ja auch bis dahin mal die Karotte, schräg, schräg, Kartoffel. Ich weiß echt nicht mehr, was das ist. So. Ich würde mal sagen, so direkt hier so. Weil so ein bisschen Begrünung hier haben. Sollte dann auch nicht zu eng mit dem Haus sein. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ich muss noch auf diese Seite gehen, um zu gucken. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Ist immer noch besser als ein Zaun. Also Zaun fand ich jetzt ein bisschen sehr viel. Dann doch lieber so. So, dann haben wir hier so einen Durchgang. Kann man dann ja so machen. Oh, das ist ein bisschen eng. Das ist ein bisschen eng. Wirken mal weg. Kann man besser so machen. Genau, dann sieht das nicht zu wuchtig aus. Machen wir da eben noch zwei Fackeln obendrauf. So. Und das sieht doch schon mal ganz vernünftig aus. Ich finde das schön. Das gefällt mir. So, dann machen wir hier noch ein paar Sitzmöglichkeiten hin. Oder muss der da hin? Nee, der muss da nicht hin. Aber hier kann man eben noch eine Fackel hinsetzen. Könnte auch noch hier so vor das Fenster ein bisschen typisch machen. Sollte sich ja eigentlich die Scheibe nicht mit verbinden. Dann machen wir das hier nämlich auch noch mal. Doch, tut sie. Das sieht doof aus. Das sieht auch doof aus. Ich finde das voll doof, dass sich das mit der Scheibe verbindet. Es gibt Blöcke, da macht es halt nicht. Aber sowas macht es wieder. Naja. Ich glaube, wir gehen erst mal pennen. Es ist sehr spät geworden. Und ich möchte nicht, dass gleich wieder irgendwie ein Creeper auftaucht und mir erst mal meine schöne Hecke wegreißt, die ich da gerade erst hingepflanzt habe. Das muss ja nicht sein. Meine Nase bringt mich echt gerade um. Moment. Ich glaube, ich muss mir gleich eine Wärmfasche machen und leg mir den Rücken. Das hilft immer ganz gut. Kann ich auch nur empfehlen, wenn ihr irgendwie nur so ein bisschen verstupft seid oder euch einfach zu kalt ist, einfach nicht die Heizung hochdrehen. Auch ein bisschen, aber nicht zu hoch, weil das ist auch nicht gesund. Weil sonst... Oh, ich habe bis jetzt noch was da. Weil sonst die Luft zu stark erwärmt wird und das ist auf Dauer auch nicht gesund. Dann könnt ihr euch besser lieber noch eine Wärmflasche machen. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Also... Schwarzeiche hatten wir ja auch, genau. Dann machen wir die Möbel aus Schwarzeiche, ne? Welche mal voll für... Dann gehen wir mal runter. Und machen erst mal... Huch! Hier drinnen ein bisschen was. So. Äh... Also muss ich jetzt nicht unbedingt... So. Rückwunsch. Die kann man immer so schön hier in die Ecken setzen. Also da ist so eine hin. Und... Machen wir da rauf mal den Kaktus. So. Dann wird auch prompt der Pott blau. So. Ähm... Hier hinten ist eigentlich mehr Wohnbereich. Und das ist hier ja Eingangsbereich. Eingangsbereich ist eigentlich immer ganz schön, weil man so ein paar... Ähm... Regal an den Wänden hat. Wo man halt Stuff und sowas... Hintun kann. Die man so mitgebracht hat, sag ich jetzt mal. Machen wir so... Hier so Regale. Das sieht ja nicht mal so gut aus. Und... Zwei Kisten dazu. So. Da kann man da so sein Zeug abladen. Und hier oben drüber könnte man dann ja noch... Eben... Da am Blumentopf hinsetzen. Gut. Das ist bloß wegen den Fackeln hier. Gib mal die Fackeln her. Machen wir das so... Finde ich auch persönlich irgendwie besser. Äh. Die Fackeln nicht so weit. Das sieht doch schrecklich aus. Wer hat sich das denn ausgedacht? Nein, ich habe das nur da hinten so gemacht. Und hier dann wieder nicht. Moment. Ich mache meinen weg. Machen wir dann hier in die Mitte. Das finde ich besser. So. Dann haben wir hier... Ähm... Ja. Das ist ein kleines Regal. Hm. Da wir unten ja eh nix... Äh... Moment. Ich mache mal die doch mal eben weg. Die da drunter machen wir auch noch mal eben kurz weg. Man kann ja auch... So Falltüren nehmen. Gerade bei der Kiste unwundert sieht das, glaube ich, ganz gut aus. Sieht das gut aus? Nein, es sieht nicht gut aus. Weil ich habe an den Seiten schon diese massiven... Regale, sage ich jetzt mal. Dann machen wir das da auch lieber so. Und damit das ein bisschen durchgehender ist... Kriegen wir mal eben ein paar mehr vor den Schwarzreichen. Machen wir da mal eben Treppen hin. Ach, wo sind sie da? Und ich glaube, die Treppen verbinden sich ja auch nicht mit der Dingens. Genau. Ähm... Ich bin aber eher dazu geneigt... Das so zu machen. Ja, das sieht besser aus als so. Bisschen stabiler. Dann hängt das nicht so nach vorne über. So. Dann steht das da ordentlich. Auch meine Nase. Etzent. Äh. Man hört es, glaube ich, auch an der Stimme. Ich bin ein bisschen krrrr. So. Sieht das jetzt aus oder sieht das aus? Das ist ein sehr, sehr komisches Regal übrigens. Übrigens, nein, wenn ich das jetzt zu viel mache, sieht das ja auch kacke aus. So, dann machen wir das eben wieder weg. Besser, ne? Ja, das ist auf jeden Fall besser. Gut, dann haben wir halt hier so einen Eingangsbereich. So eine Stelle, wo wir unsere Sachen abladen können. Dann würde ich sagen, so eine kleine Sitzmöglichkeit hier wäre ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt. So. Doch, das sieht ganz gut aus. Und dann machen wir hier auch nochmal so einen kleinen... Oh nein. Joa. Das hat Augen. Oh mein Gott. Sieht auch interessant aus. Aber nicht hier. Nicht zu dieser Zeit. Irgendwann mal. Ja, wenn man zu viel irgendwo reinbaut, dann wird es auch zu klobig. Das ist dann auch nicht so toll. Nee. Nee. Das lassen wir mal lieber so. Könnte auch hier, anstatt jetzt so ein Regal, da einfach mal auch so ein Holz... Nein. Na. So ein Holzblock hinsetzen. So als kleinen Akzent. Und dann da drauf auch noch ein Blümchen oder sowas. Finde ich ganz gut. So. Dann haben wir... Das ist ja so... Joa. So komm rein und setz dich erstmal hin. Bereiche. Von der anstrengenden Arbeit. Ja, wenn wir dann da hinten am Baumefällen sind, ist man ja ziemlich kaputt. Allein schon von der ganzen Zeit nach oben gucken. Dann kann man sich hier eben hinsetzen und irgendwie kurz so... Ach. Sich hier so ausruhen. Das ist doch ganz schön. So. Dann diese Seite. So ein kleiner S-Bereich wäre ja auch ganz schön. Wenn man so eine kleine Sitzmöglichkeit hat, wo man sich hinsetzen kann. Mit einem Tisch dabei. Weil es draußen mal schlechtes Wetter ist, dass man halt auch drinnen sitzen kann. So einen richtig massiven Tisch. Das ist ein sehr massiver Tisch. Moment. Könnte das dann auch so machen. Dann wirkt er schon mal nicht mehr ganz so massiv, wie er eben gewirkt hat, ne? Aber der ist auch sehr breit, ne? Wenn wir hier so eine Linie haben, wo man langlaufen kann, ist das eigentlich schon... Aber dann haben wir hier so einen kleinen Bruch auch wieder drin. Das sieht eigentlich auch gar nicht so schlecht aus. Hm. Man muss ja jetzt auch nicht rechts noch irgendwie groß was hinbauen, ne? Von sich sieht das ja so eigentlich ganz gut aus. Also finde ich jetzt. Da müsste man eigentlich, weil man da ja auch so ein Teilchen gemacht hat, hier irgendwie auch noch mal was hinmachen. Kann man hier auch so in den Ecken? Hm. Das ist wieder zu viel. Das ist geil. Das ist so einfach mit der Einrichtung hier. Weil das Haus sehr schmal ist, ne? So sieht das ganz gut aus. Dann würde ich hier auch auf Platz lassen und da einfach gar nicht mehr großartig was hinmachen. Dann hat man hier einfach nur so einen Sitzbereich, wo man essen kann. Finde ich so eigentlich geil, so schlecht. So. Das meiste haben wir ja hier oben. Hier oben ist ja eigentlich mehr so auch Werkbereich. Ach. Zaun, was tust du? Blöder Zaun, ey. So. Dann haben wir das. Möchte ich mal eben kurz die Sachen hier reinpacken. Ich hätte sogar noch Falltüren hier oben gehabt. Habe ich jetzt eigentlich noch Teppich oder sowas hier? Nein, aber ich habe Blümchen. Ich habe ganz, ganz viele Blümchen. Dann nehmen wir uns doch mal die Orchideen und die Porzellansternchen, ja? Habe ich jetzt noch Pötte hier irgendwo? Pötte? Pötte? Da ist Rolle. Ähm, ich brauche jetzt aber kurz Pötte. Habe ich jetzt irgendwo noch... Das ist Granit, Diokid. Ah, hier haben wir Ziegel. Das sagen. Irgendwo habe ich doch bestimmt was. So, dann möchte ich gerne erstmal die Ziegel wieder loswerden, weil die in der Tasche sind ein bisschen schwer auf Dauer. Ach. Und dann... Brauche ich mal eben grüne Farbe. Das wäre gar nicht mal so schlecht. So, machen wir mal eben grüne Farbe. Währenddessen werde ich erstmal die Blumen nach unten setzen. Und hier einmal so. Oh, schön. Das sah eben ganz kurz auch ganz blöd aus mit dem Pott. Naja. Die hängen dann halt so runter. So. Ich brauche mal ein bisschen Farbe. Wie viel brauche ich? Eigentlich sechs Stück. Schneller. Schneller. Ich möchte grüne Farbe haben. Schneller. Na, 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 da, da, da. Dü, 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 due, dü. Dann machen wir halt nur vier. Zack. Ach, da machen wir noch ein paar weiße. So. Und zwar kann man hier wunderschön und drauf này nochmal so einen Teppich machen. So eine Tischdecke. Machen wir das hier auch. Huch. Und so. Das sieht mit dem Weißen mal ein bisschen scheiße aus, ganz ehrlich. Weil man in dem Texturnvorkehrs so ein bisschen guckt. Dann machen wir lieber hier so einen kleinen Läufer oder sowas hin. Und dann. Können wir ja nochmal eben kurz bei der Wolle reingucken. Dann machen wir uns mal eben noch zwei Stück raus. Hatte ich noch Knochenmehl? Bevor ich irgendwas falsch habe? Nein, hab ich nicht. Ich brauche nur einmal Knochen. Können wir genug Knochenmehl raus? So. Bist du fertig? Dann machen wir noch hellgrüne Wolle. Das muss reich an Farbe. Ich vergesse immer, dass da so viel mehr rauskommt. So. Hebt sich auch sehr gut von der Masse ab. Doch. So schön. Doch, finde ich gut. Jetzt habe ich zwar noch einen grünen Teppich über. Weiß nicht, wohin damit. So. Nein. Das ist eine sehr interessante Tischdecke. Gut. Ja. Zumindest haben wir die Ineinrichtung hierzu. Fertig. Bilder an der Wand würde ich nicht unbedingt machen. Was man noch machen könnte, wäre noch ein Regal hier oben drüber. So kann man übrigens auch sehr gut Regale machen, wenn man so ein paar verschiedene Farben übereinandersetzt. Aber ist ein bisschen unpraktisch, wenn man hier so sitzt, ne? Oder so Regale im Gesicht hat. Ist natürlich nicht so toll. Aber es geht. Ich packe den jetzt einfach mal da hin. Ne. Ich weiß nicht, wohin damit. Na gut. Dann lasst mir den Teppich mal Teppich sein. Und ich würde mal sagen, das war eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Aktion hier. Wir haben es endlich geschafft, hier unten ein bisschen einzurichten. Es ist zwar nicht das Schönste, würde ich echt nicht sagen. Aber ich wollte es mit den Teppichen auf jeden Fall mal machen. Habe ich es auch mal gemacht. Habe ich nämlich letztens irgendwo gesehen, dass man da ja auch Teppich oben drauflegen kann als Tischdecke. Das ist die Sensation überhaupt. Das habe ich früher nie nachgedacht, dass sowas überhaupt funktioniert. Aber es ist ja logisch. Aber es sieht richtig gut aus. Geht was so ein kleiner Akzent da so mit rein, ne? Gut. Ich bin froh, dass wir das endlich geschafft haben. Es ist wirklich schwierig, in so einen schmalen Raum, in einem langen, schmalen Raum irgendwie vernünftig irgendwie was reinzusetzen. Ach, lass liegen. Ich weiß auch nicht, was ich von dem Nermette hier halten soll. Ähm, ja, es ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich finde, so im Großen und Ganzen sieht das ganz gut aus. Ich finde es mit dem doken Häuschen ganz schön. Passt auch gut mit der Birke dann zusammen. Und ich würde mal sagen, im nächsten Part kümmern wir uns dann draußen weiter rum. Weil wir ja jetzt unsere Hecke gemacht haben, die richtig schön aussieht. Machen wir hier auch noch ein bisschen Bemöbelung hin. Gut. Diesen Wort, ne? Und mit dieser verstopften Nase. Und ich werde mir gleich auf jeden Fall erstmal eine Wärmflasche machen, bevor ich irgendwas anderes mache. Das nervt mich echt tierisch. Und dann geht das meistens auch weg. Gut. Dann danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hier gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Hier bei Minecraft. Süß Jutsch. Also tschüss. Und bis dann. Gute Nacht. Gute Nacht.